oh ja da sind wir wieder zurück da sind wir wieder zurück mit einer weiteren folge nach den erfolgen der letzten folgen nach den erfolgen die letzten folgen erfolgen mit der neuen folge dass wir hier jemand nicht mehr übersteuert ich sagen hallo genau ist übersteuert nicht mehr er kann jetzt schreien ja wir sind jetzt auf der suche nach meiner familie ich bin immer noch der leo ist immer noch der verfolgung sagt vom letzten maler muss jetzt schon mal nicht weiter gehen ich bin gespannt nach der jetzt wo nicht lang naja mit seiner antenne wo geht es denn lang wo müssen wir hier ich würde sagen die mini meine morgen gerade aus diese tollen flamenkos in der ecke die olle sitzt da mit dem baseballschläger ist bestimmt deine olle oder so am i my god damn husband he better be back soon ich würde man to be him no you wouldn't i'm gonna break his knees die warte auf ihre mal habe ich das ist richtig verstanden ich komme auch ich komme ich komme nicht hier sind zwei kerle hinterm haus und die wäsche waschen ok jetzt weiß ich jetzt weiß warum die im baseballschläger da sitzt damit die nicht abhauen das hört sich doch komisch an wir gehen hier man kann man wo reingucken ich wollte auch mein gott geht weiter alles klar hier ich gehe mal hoch dank der Ape muss scheinbar der Kerl ist ich bin ja nicht so irgendwie stimmt immer gleich hey lady come with me I might have an idea of where your husband is Alter jetzt geht's gleich ab ich bin ja nicht so ah he's gonna get it now das guck ich mal ich spiel auch schon in Spannerstellung ganz unauffällig ich hab einen Erfolg dafür gekriegt ich stehe ganz unauffällig guck mir das Auto an ne ich guck da ganz unauffällig hin ganz unauffällig stehe direkt daneben Martha Martha auf die Tür ich will da reingucken oh da geht zwar ab drin das war's jetzt auch oh ne hinten liegt noch einer hey hey ich schaue jemanden das ist nicht mein Problem das ist nicht mein Problem eine Frau und ein Mädchen so groß habt ihr sie gesehen? so das ist nicht mein Problem jetzt ist das nicht mein Problem jetzt ist das nicht mein Problem jetzt lass mich allein das ist nicht mein Problem hier und dann wie soll denn ein Drink dann? einen Nagelchill dann schau mal die Leute zu befragen Schnapps? Schnappes? Oh hey, gib mir vor mal den hier. Es sieht ziemlich ausgelöst. Ja, ich will es fixen. Ich bin sicher, dass ich es kann. Kann ich uns wegnehmen? Ja, bitte. Du siehst wie ein gewendetmetter Mechaniker. Aber ich bin nicht sicher, dass du diesen hier fixen kannst. Du willst ein bisschen? Ja, sicher. Aber du wirst es verlieren. Okay, dann. Du bist auf. Was ist das Ding? Was ist das Ding? Ja! Ich bin ein Baseboy. Ja! Ich lebe hier nicht. Und auch wenn ich so war, würde ich nicht für dich arbeiten. Du würdest für mich arbeiten. Goodbye. Okay, ich bin gut. Sure. Nice batting. Weißt du, ich frage die Leute ab und ihr spielt ja Baseball. Ich hab da auch genug Leute befragt. Ich frage sie auch mal hier. Ja. Das geht ja. Die ist richtig. Ich bin sehr beschäftigt. Ja, ich kann das sehen. Aber ich fragiere mich, ob du eine 30-Jährige Frau mit einem Kind, so großartig? Ja. Sie ist heiß, genau? Natürlich ist sie. Sie ist meine Frau. Okay, ich verstehe dich. Ja? Wann war das letzte Mal, dass du sie gesehen hast? Ich sehe sie jeden Tag. Oh ja? Wo ist sie? Wieso wirst du nicht wissen, wer deine liebste Frau ist? Wieso bist du ein smartass, Mann? Just sag mir, wo sie ist. Okay, weiter nach der Straße. Okay. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden, wo Förther hat über Geist zugesagt. Und jetzt? Ja, sicher. Ja, ist klar. Zeug mir, was du kannst. Aha! Siehst du, geht doch. Oh. Hast du den gesehen? Das war nichts. Hast du den gesehen? Hier, kennen Sie den? Ja, den kenn ich. Ach du Ficker. Hast du den hier? Ich stehe nicht meinen Namen drauf. Hast du den? Ja. Den habe ich schon mal gesehen. Auf ganzer Linie. Auf ganzer Linie. Auf ganzer Linie. Auf ganzer Linie. Ha. Dann denkt er, er macht ein Auge, weißt du? Ja. Ja, mach kein 31er hier. Ha. Ha. Ich bin nicht warm geschlagen. Ha. Ha. Aber wo? Meine Kilometer. Warum werden meine Punkte oben nicht mehr? Ja. Ja. Weil es nach, äh... Nach, äh... Nach, äh... Nach, äh... Nach, äh... Nach Metern geht. Ha. Ich hab so ein bisschen dabei... Nice. Es geht ja nicht darum, wie du trichst. Come on. Das sind ja die, die Meter, die du beschlagen hast. Kann man das einfach... Got it. Nice. Okay, see you around. Thanks. I'm done. Okay. Bye bye. Warum wir rein? Ende der Straße. Warte. Ich wusste nicht, das Ende der... Ist er runter oder was? Ist jetzt die Frage. Ah, hier sieht's doch gut aus. Hey! I see my kid over there. Come on, let's check it out. Ich schreibe, du stehst direkt neben mir. Ich schreibe mich ruhig an. Oh. Ben? Ja, ich komm jetzt schon. Wollte mich wie ein schreist. Sie sing das? Hey, Linda! Over here! Leo! Hey! Oh, die cops kommen. Die cops kommen. Die cops kommen. Cops. Ich schreibe mich an. Ich schreibe mich an. Ich schreibe mich an. Ja, sicher. Hm. Wir sind gut? Natürlich, wir sind. Du bist okay? Ja, ja, ich bin gut. Hey, Alex! Schau, wer ist hier? Alex! Hey, buddy! Meine Mutter ist so schrecklich! Don't worry, Leo. Just a little bit upset. You found out? Yeah, he saw it in the papers. Oh, shit. It's okay, baby. Come here. So... Is this the guy? Yeah, this is Vincent. Nice to meet you, ma'am. Hey. Linda. I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. Of course. Can I get the trug? I need to go talk to Alex. I need to go talk to Alex. I'm gonna go talk to Alex. He's a little bit. I need to go talk to Alex. You can do it all. I need to go talk to Alex. Haha! Yeah, I do. Grab me a wrench from the shadow over there, please. Hm. Those were happier times. Yoool! Oh, man. Oh, it's still there! With the knife. Here you go, ma'am. Alright. Wanna start it up for me? Yeah. I can do that. Go ahead. Haha, it's clear. Yeah. My sound! What? Come on, buddy. Come on. Just let me up. Alex. Hey. What's this? Hey, look. Your sign is broken. Why don't you come down and help me fix it? No? Alright. Don't worry, I'll fix it for you. You're just angry, right? No. Oh, let's see. I think I'm gonna need a hammer. I'm gonna need a hammer. Let's see. Let's see. Okay. I can't. Moonbaboon. I'm gonna need a hammer. I'm gonna need a hammer. Oh, this sign is beautiful. Alex, you should come down and see it. Okay. What? Yeah. Oh, oh, oh. What the fuck? What? I love you, baby. Ich liebe dich so viel. Willst du spielen etwas Basketball? Klar, aber du weißt, dass ich besser als du in Basketball, oder? Nein, du bist nicht. Ähm, ja, ich bin. Willst du ein paar Hubs? Das muss sein, aber vielleicht müssen wir gehen. Komm schon, nur ein Spiel? Komm schon, Vincent. Okay, Leute, ein Spiel. Komm schon, bereit zu verlieren, Junge. Ich werde gewinnen. Ah, du weißt, dass ich gewinnen werde. Sind Sie alle bereit? Oh, wir sind bereit. Los geht's. Okay. Daddy, pass es mir an. Oh, sehr wohl nicht. Piss ich, Bene. Danke. Egoist. Hier. Aaaaaaah. Ach so. Was ist das noch? Jawoll! Und Dank. Pass. Piss ich. Dank! Ey. Aber die Nego ist ja. Ich habe ihn. Ja, genau. Ja. Du wirst doch wie ein kleiner... Ja, na gut. Bangle wird ruhig besser. Jawoll, guck mal, wie er es kann. Oder nicht. Bangle will helfen, ey. Bangle aber zu kleines. Ja, ich habe gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Du bist gut, Alex, wirklich gut. Du denkst? Ja. Du solltest ein Pro. Wirklich? Ja. Ich bin gleich wieder. Ja. Okay. Ihr natürlicher Talent. Du bist viel besser als wir zwei. Ich bin so mit dem kleiner. Ich knatter die Alter nochmal schnell. Ja. 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 Ich bin gleich wieder. Ja. Ich bin gleich. Alex. Hier geht's. Komm mal. Wir sprechen. Also. Ist das jetzt nach Hause? Nicht für lange. Wenn die Polizei uns gefunden hat, dann hat Harvey auch. Wir müssen uns überlegen. Wir müssen uns überlegen. Wir müssen uns überlegen. Wir müssen uns überlegen. Und du wirklich думest, Harvey wird uns allein? Das Marundering dastard. Alex. Hier geht's. Wie der fuck kann ich ihn信? Es ist das, was es ist. Es ist das Leben wir wählen, Leo. Wir müssen einfach mit es. Ja. Heads up. Ich werde alles klar. Ich werde nach Harvey. Er wird nicht mit's. Er wird nicht mit das. Linda. Any idea where he is? Great. What do you want with that asshole? I need to find him. I'm sure he knows where Harvey's hiding. Have you seen him lately? Yeah. He's working at that new construction site downtown. Okay, good. I need you to be ready to leave the country as soon as I'm back. Don't worry about that. I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah. No, don't just yeah me. Get back safe or I'll kick your ass. Okay, I promise. By the way, do you still have that piece? I do. Wait. Here you do. Here you go. I love you. I love you too. Did you see my shots? Yeah. You were really good. Like I said, you're a real pro. You think? Nice going buddy. Look. I have to leave now. Do you? Yeah. I do. But you take care of your mom now. Alright? Can we play one more game? Next time I promise. Now come on. Give me a hug. Alright buddy. Go to your mom now. Okay. I will play. Okay. I am sorry. I will be okay. Bye. Okay, bye. Bye. I am sorry. Bye. 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 Der ist sicher, dass dieser Ray-Guy uns die Herbe? Er besser. Was wenn er nicht? Du wirst. Verrückt mir. Das hier. Hey, 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 hey! Wo du denkst du gehst? Wir haben hier zu sprechen mit jemandem. Was ist das Problem? Was denken du, ein Koffer? Das ist ein Kompressort. Du kannst nicht einfach in hier rüber. Aber doch klar! Until I get the information I need. Now think long and hard about what you're gonna say next. If it's not gonna be a guy, you're welcome, then we have a problem. Wait, are you serious? Do I look like I'm joking? Do I? Oh, okay then. I hate that guy, so... You're welcome. Go ahead. See? We're all friends here. Hey, where can I find him? It's easy, just ask him around. Alright, Larry, thank you. Yeah, you're welcome. You know, I have to be honest. It's like in the house, you have to hear your voice. You have to hear your voice a little, right? Well, it worked, didn't it? Let's hear a little and then it's good. So, we find Ray now. I'm sure it does, but I can't help it. I've been like this since I was a kid. Yeah, right. You were probably just a sweet boy. No, I wasn't. I don't know what you're talking about. Relax now, tough guy. Why? Are you being sarcastic? Me? Nah. I'm just keeping you honest. Keeping me honest about what? You being a nice little boy. Hey! Hahaha. Hey! 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 What? I can't hear you! I'm looking for your boss. My what? I want to talk to you! Can you turn that off? I can't hear you! Turn it off! I can't hear you! Hahaha! Hahaha! I can't hear you! I can't hear you! I'm wondering if you're behind me. What's up with you? The damn back is killing me! I have to quit this job before I end up a cripple. I can't hear you! I can't hear you! Come in! Over! Hey! I'm looking for your boss! So am I! But this piece of shit don't work! God damn it! You should do what I do when things don't work! Yeah? What's that? Hand it over! Okay! Here you go! Turn up! Hello? Anybody? Over? We're still not working! Who is all of a common? I see you have a walkie talkie. That's right. Could you reach your former with it? Well, I expect I could. But since I haven't seen you round here before, Who are you? I'm none of your business. Could you please reach him? Fine. Hello? Hello? What's your job here? Oh, I lived heavy shit man. Until my back breaks. How is it? You're telling me. I'm gonna be honest with you. I'm looking for your foreman. To beat his ass. Really? Now that sounds like a great idea to me. Right? You know what it is? Yeah. Take the elevator. It's further down. Oh, no. I said where it is. Come on. 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 Nice. Take him down. Take him down. Yeah. Alter. Das ist doch der Scheiße. Nice. Go away. Alter. Gib auf. Come on. Come on. Come on. Ich krieg den. Ja. Alter. Ja. 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 Ich muss mich andrücken. Was? Jetzt tut mir mein Handgelenk weh. Scheiße. Oh, alter Pussy. Vielen Dank. Ja. Ach, das ist die Scheiße. Musch ey. Ich wäre zu alt für den Kram. Nein, nichts. Was ist das? Was zur Hölle schaue ich mich an? Dipschick. Kannst du das erklären? Ja. Es sieht so aus. Es ist zwei hier. Ich habe gesagt, es sollte vier sein. Oh nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich könnte nicht schlaue ich mich an. Ich glaube ich, bleibst dir die schlaue ich mich an. Ja. Siehruh. Ich bin ein Mattel. Aber, sir. Das ist mein Gott. Ich bin ein Ding. Ja. Ich bin ein Trem. Ich bin ein Foto. Oh nein. Geh hier. Geh hier wieder. Geh hier. Geh hier. oh du musst du da rein so ein feller richtig du hatte kommen zu fatti schweißig Woher geht er? Ich werde ihn töten. Hey, relax. Keine Zeit, okay? Warum nicht? Wir fokussieren ihn zuerst. Whatever. Let's go! Das ist ein kleines Schlinger. Oh, das ist gar nicht hoch. Das ist gar nicht hoch. Ich habe keine Höhenenangst. Nee, die hatte ich. Ach du Scheiße. Was wollte ich da unten gucken? Du hast da unten geguckt. Da ist der kleine Lude hingelaufen. Schau mal, guck mal aufs Klo. Oh, ich habe einen Biervorrat gefunden. Sehr schön. Hier auch. Doch, noch mehr Bier. Was ist das für eine Baustelle? So, anscheinend. Da haben wir nichts mehr, ne? Ja. 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 Oh Gott. Ja. Ich bin Hinsicht. Ja, wurde mit dem. Ja. Ich bin hier. Na komm! 1, 2, 2, 1. He's gotta be up there somewhere. Hey, come on. Schatznake. Hey, he's heading for the queen. Cut him off. Yeah. Ah, shit! Oh, I have to go on. Fuck. Oh, yes. He's coming to Fatty. Come here. I don't know what they are. Uh-oh. It's not bad. Ah, it's not working here. Mhm. Oh, shit. Scheiße. Aywin, kag ist es, ey. Stopp ich dir noch. Renn! Rennig falsch. Ah, linke Maus, das muss ich dann. Rennig falsch. Aber diese Steuerung ist ja mal. Sammle! Ich bin wie Horacio von Sie. Ich weiß, wo er langläuft. Oh, yeah. Schmeiß ich nicht drunter. So. You gonna tell me where Harvey is? Fuck you, I ain't telling you shit. Fuck me, huh? Okay. Oh, look at this. A gun. I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. You know what? Let's put it here for now. Hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. Yeah, me too. Let's see if you'll talk or not. That's what we'll do in the next episode. Is it over? Yeah, until then. Until then. Leave a nice subscribe button and activate the button. If you like it, leave a like button. Until then. Bye. 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 Bye.